1. Mir ist etwas sehr seltsames passiert. Ich stieß beim Joggen auf eine Tür, wo eigentlich keine sein sollte. Naja, fangen wir von vorne an. Ich treibe eigentlich nicht wirklich viel Sport. Ich habe mal vor einiger Zeit versucht, in ein Fitnessstudio zu gehen, aber da es dort anscheinend nur Sport, Götter und Göttinnen gab, kam ich mir inmitten dieses Olymps einfach nur wie ein unsportlicher, turnbeutelförmiger Vollidiot vor. Aber ich laufe halt gerne. Vielleicht laufe ich nicht so oft, wie ich sollte, aber ich versuche mindestens zweimal pro Woche fünf Kilometer zu laufen. Vor ein paar Tagen kam ich also um 18.30 Uhr von meinem Job nach Hause, hüpfte in meine Sportklamotten und machte mich auf den Weg. Ich sollte anmerken, dass ich nichts mitnehme, wenn ich laufe, außer dem, was ich mitnehmen muss. Meinen Haustürschlüssel und meine Smartwatch mit GPS und meine Route zu verfolgen, aber kein Handy. Nach etwa der Hälfte meiner Strecke erreichte ich eine Unterführung. Ich bin diese Route schon viele Male gelaufen und kenne sie daher ziemlich gut. Aber dieses Mal war etwas anders. Ich weiß nicht, was es war. Das Licht schien irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Ich hätte mir auch nichts dabei gedacht und es in Sekundenschnelle vergessen. Wäre da nicht das gewesen, was als nächstes geschah? Ich hörte ein seltsames, lautes Geräusch. Ein Zwitschern? Kackern? Es klang wie ein Dutzend Hühner, die sich irgendwie bekriegten. Es kam aus einem Gang, der seitlich tiefer in die Unterführung hineinführte, circa zehn Meter lang. Ich schaute mich unsicher um. Es war niemand sonst in der Unterführung, also ging ich langsam den schwach beleuchteten Gang hinunter, um die Quelle des Geräusches ausfindig zu machen. Es waren zwei Eichhörnchen, die sich um eine Eichel stritten. Dass diese zwei kleinen Racker so einen Lärm verursachen konnten. Wow. Als sie mich erblickten, nahmen sie sofort Reiß aus. Ich musste grinsen und wollte mich gerade zum Gehen umdrehen, als mir noch etwas anderes auffiel. Am Ende des Ganges war ein kleines Loch im Beton. Ungefähr auf der Höhe meines Bauches befand sich ein senkrechter Schlitz, etwas so groß wie ein Briefkasten. Im schwachen Licht der Unterführung war er kaum zu erkennen. Und wäre ich nicht in diesen Seitengang getreten, hätte ich ihn nie und nimmer entdeckt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie musste ich bei dem Schlitz an eine Türklinke denken. Ich steckte meine Hand in den Schlitz und zog. Die Wand glitt völlig geräuschlos in meine Richtung. Kein Knirschen von Beton auf Beton. Gar nichts. Die steinerne Pforte schwang einfach auf. So mühelos, als wäre sie automatisch. Und enthüllte ein schwaches, orangefarbenes Licht. Neugierig schritt ich durch die Türöffnung. Ich hatte einen kleinen Korridor erwartet. Vielleicht ein paar Rohrleitungen. Vielleicht auch einen Lagerschrank mit Reinigungsmitteln. Doch der Raum, den ich betrat, war riesig. Gigantisch. So groß, dass es keinen Sinn ergab. Ganz und gar unmöglich war. Ich war mir sicher, dass er höher war als die Straße über der Unterführung. Das orangefarbene Licht durchflutete den ganzen Raum, obwohl ich die Quelle des Lichts nicht ausmachen konnte. Es gab nichts in dem Raum außer Türen, die in dem orangefarbenen Licht, das von den Wänden reflektiert wurde, tiefschwarz erschienen. Keine Ahnung, wie viele es waren. 70? 80? 150? 200? Ich wusste es nicht. Mein Herz klopfte wie wild. Jesus Christ! Was war das hier? Das konnte unmöglich wahr sein. Träumte ich? Arm? Kneifen? Schmerz? Nein, ich träumte nicht. Fast hätte ich auf dem Absatz kehrt gemacht und wäre geflohen, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund tat ich es nicht. Gut, hier sah ich nur Türen. Aber was war hinter den Türen? Ich steuerte wahllos auf eine zu, stieß sie auf und trat hindurch. Der erste Raum hatte mich schon überwältigt. Aber das hier übertraf alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Zwei Giraffen starrten mir direkt in die Augen. Hinter ihnen erblickte ich zwei Kängurus, links von ihnen ein paar Hunde. Keines der Tiere reagierte auf meine Anwesenheit. Auf den ersten Blick hätte man annehmen können, sie wären ausgestopft. Doch sie atmeten und blinzelten gelegentlich. Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich aus meiner Starre zu lösen. Sie waren nicht die einzigen Tiere hier. Von dort, wo ich stand, konnte ich Kamele, Gorillas, Bisons, Eisbären, Antilopen und eine ganze Reihe von Säugetieren sehen, deren Namen ich nicht einmal kannte. Als ich mich allmählich wieder etwas beruhigt hatte, begann ich ein wenig herumzugehen und fand noch andere Tiere, die scheinbar nach Arten gruppiert waren. Hier gab es Insekten, dort Reptilien. Alle lebendig, aber reaktionslos. Ich erinnere mich, dass ich dachte, es sei eine Mischung aus einem Zoo und der Archänoa. Der Raum mit den Türen war ja schon groß. Aber das hier war unglaublich, abstrus, unmöglich. Aber was mich noch mehr verblüffte, waren die Vögel und die Meeresbewohner. Die Vögel schwebten in der Luft, ohne mit den Flügeln zu schlagen und die Fische hingen wie an unsichtbaren Fäden, unbewegt im Wasser. Es ist unmöglich zu beschreiben, was ich in jenen Momenten fühlte. Verblüffung? Unglaube? Ich kann nicht zählen, wie oft ich mir in den Arm gekniffen habe. Meiner Uhr zufolge bin ich zwei Stunden lang durch diesen Raum gewandert. Und verdammte Axt! Es gab dort sogar Dinosaurier. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus. Es war fast 21 Uhr, als ich beschloss, den Heimweg anzutreten. Die Tiere waren ziemlich gut organisiert, sodass es nicht schwer war, den Weg zurück zur Tür zu finden. Ich schloss die Tür hinter mir und war wieder in der Lobby. Also im Türraum. Schnell wurde mir klar, dass ich einen schrecklichen Fehler begangen hatte. Die verdammten Türen sahen alle gleich aus. Welche Tür war mein Ausgang? Ich versuchte über meine Smartwatch meine Mitbewohner und besten Freund Steven anzurufen, aber natürlich hatte ich keinen Empfang. Es half nichts. Ich würde raten müssen. Ich zog meine Schuhe aus und legte einen Schuh an die Tür, aus der ich gerade herauskam, um sie zu markieren. Den anderen würde ich am Ausgang lassen, wenn ich ihn gefunden hatte. Als ich die erste Tür öffnen wollte, bemerkte ich, dass ich überhaupt keine Kälte an den Füßen spürte. Obwohl ich nur meine Laufklamotten anhatte, war mir die ganze Zeit über nicht kalt gewesen. Eigentlich hätte ich auch längst so etwas wie Hunger und Durst verspüren müssen. Aber da war nichts. Naja, was soll's, das war ja auch nicht das Seltsamste an diesem Ort. Ich öffnete die Tür vor mir. Ein weiterer riesiger Raum. Die Tür befand sich nur zwei Meter links von der Tür, die in den Raum mit den Tieren führte. Aber die rechte Wand, wenn es sie denn überhaupt gab, war viel, viel weiter entfernt, als es Sinn ergeben hätte. Zu diesem Zeitpunkt überraschte mich dies aber gar nicht mehr. Hier in diesem Raum gab es aber tausende von Steinen. Sie waren alle von unterschiedlicher Art und Größe, von winzigem Sand über Felsbrocken bis hin zu Steinen, die Häuser überragt hätten. Ich habe ehrlich gesagt null Ahnung von Steinen. Aber ich erblickte, welche die aussahen, wie die vom Giants Causeway. Hier blieb ich nicht lange und suchte schnell die nächste Tür auf. Der nächste Raum war voller Technik. Riesige altmodische Computer, moderne Smartphones, Drucker und etwas, was wie diese Ölpumpen aussah, die man in Filmen sieht, die in Texas spielen. Danach folgte ein Raum ausschließlich mit Möbeln. Ich kam mir vor wie in einem gigantischen Ikea. Als nächstes ein Raum mit verschiedenen Getränken. Dann im Grunde so etwas wie ein gigantisches Bekleidungsgeschäft. Dort fand sich alles. Von der Damenmode des 16. Jahrhunderts bis hin zu modernster Funktionskleidung. Und schließlich schob ich die nächste Tür auf und blickte in den engen Seitengang der Unterführung. Augenblicklich ließ ich meinen Schuh fallen, um die Tür zu markieren, holte meinen anderen Schuh und trat hinaus in die Welt. Während ich mir die Schuhe wieder anzog, signalisierte meine Uhr wieder empfangt zu haben und aktualisierte automatisch die Zeit. Es war 18.58 Uhr. Es schien keine Zeit vergangen zu sein, während ich an diesem seltsamen Ort gewesen war. Verdammte Scheiße. Das war eine gottverdammte Sensation. Ich schlenderte, gedankenversunken nach Hause, schmiss mir eine Lasagne in die Mikrowelle und urplötzlich überkam ich eine bleierne Müdigkeit. Ich ging um 21 Uhr ins Bett, weil ich mich fühlte, als hätte ich bis 3 Uhr morgens durchgezecht. Mein bester Freund und Mitbewohner Steven ist Krankenpfleger und hatte von gestern auf heute Nachtschicht. Als mein Wecker am Morgen klingelte, hörte ich ihn durch die pappedünnen Wände schnarchen. Steven ist ein Morgenmuffel, vor allem nach seinen Nachtschichten. Dennoch klopfte ich an seiner Zimmertür und betrat ohne auf eine Antwort zu warten seinen Saustall. Ein genervt reinblickendes, verschlafenes Augenpaar stierte mir entgegen. Ohne ihm die Chance zu lassen, wach zu werden, übergoss ich ihn mit einem zweiminütigen Redeschwall. Als ich ihn zu Wort kommen ließ, nahm Steven an, es sei alles nur ein Traum gewesen. Und ganz ehrlich, das dachte ich auch irgendwie. Es fühlte sich zwar alles so real an, aber er hatte wahrscheinlich recht. Leider recht. Er musste recht haben. Ich machte mich für die Arbeit fertig und ließ Steven weiterschlafen. Der Rest des Tages verlief ziemlich normal. Wir mussten heute ein bisschen länger auf der Arbeit bleiben und so verließ ich den Laden erst um kurz nach 19 Uhr. Es dämmerte schon, als sich die Tür hinter mir schloss und mir einfiel, dass die Unterführung keine 10 Minuten Fußweg von hier entfernt war. Und ich hatte mein Handy dabei. Ich könnte Fotos schießen oder Videos aufnehmen. Verdammt, ich wollte wissen, ob ich den Scheiß nur geträumt hatte oder nicht. Ich wollte Beweise. Keine 10 Minuten später stand ich wieder in dem Seitengang der Unterführung. Der Schlitz war in der Dunkelheit kaum sichtbar. Aber er war noch da. Ja, verdammt, er war noch da. Ich begann zu filmen und öffnete die Tür. Es war kein Traum gewesen. Diesmal zog ich meine Schuhe sofort aus und ließ einen am Ausgang liegen. In meiner Umhängetasche hatte ich ein Notizbuch und einen Stift. Ich beschloss, eine Skizze anzufertigen und die Lobby zu kartieren. Ich probierte die Türen aus, die ich am Vortag betreten hatte. Sie waren identisch, also ergab das hier wenigstens einen Sinn. Kleidung, Getränke, Möbel, Technik, Felsenzoo. Ich verbrachte ein wenig Zeit im Zoo, filmte die Tiere, die sich kaum bewegten und machte hunderte von Fotos. Dann zog ich weiter. Die nächste Tür führte mich in eine Art Aboretum. Tausende und Abertausende von Pflanzen. Von dürren, jungen Grashalmen bis hin zu gigantischen Bäumen. Als wäre das nicht schon seltsam genug, schienen die Gewächse überhaupt keine Erde zu benötigen. Nein, sie sprossen aus blankem Stein, denn die Böden in den Räumen waren überall gleich. Eine glatte, steinerne Oberfläche im orangenen Licht, das ebenfalls überall gleich war. Als nächstes betrat ich eine Bibliothek. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Bücher jemals geschrieben worden sind, aber ich bin mir sicher, dass sich jedes einzelne davon hier drin befand. Sie waren wie in einem Bücherregal angeordnet, nur dass es hier keine Regale gab. Die Bücher schwebten einfach in der Luft. An diesem Punkt war ich nicht einmal mehr überrascht. Der nächste Raum, den ich betrat, war zweifellos der schrecklichste von allen. Der Raum selbst war leer. Nur dieses orangefarbene Licht. Doch im Gegensatz zu den anderen Räumen, die allesamt totenstill waren, plärrte mir hier eine ohrenbetäubende Kakophonie entgegen. Geräusche. Einfach nur Geräusche. Es war wirklich schwer auszumachen, aber ich glaube, es waren alle Geräusche, die man auf der Erde wahrnehmen konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Automotoren, zwitschernde Vögel, brüllende Tiere, sprechende und schreiende Menschen gehört habe. Ich machte auf dem Absatz Kerzschloss die Tür und setzte mich für ein paar Minuten auf den Boden. Ich hatte diesen Raum zwar nicht gefilmt, aber ich würde diese verdammte Tür auf keinen Fall ein zweites Mal öffnen. Ich hatte langsam die Nase voll von diesem seltsamen Ort und beschloss nur noch eine weitere Tür auszuprobieren. Ich ließ meinen Blick durch die Lobby schweifen und war erleichtert, dass mein Schuh noch immer vor der Eingangstür lag. Dann stand ich auf und probierte die nächste Tür aus. Ich hatte gerade das Gefühl bekommen, dass ich mich zunehmend besser zurecht fand in dieser seltsamen Welt. Hinter den Türen befanden sich einfach nur Dinge, belebte oder unbelebte, materielle oder immaterielle, in einem orange beleuchteten Raum. Und so fühlte ich mich zunehmend sicherer beim Kartieren. Doch wie gesagt, ich öffnete die nächste Tür. Der Raum, wenn es denn ein Raum war, war vollkommen schwarz. Ich habe keinen Fuß hineingesetzt, Gott bewahre, aber ich glaube nicht, dass es dort so etwas wie einen Boden gab. Ich habe keine Ahnung, wie groß der Raum war. Aber, naja, wie groß muss ein Raum schon sein, um alle Planeten des Sonnensystems zu enthalten? Ziemlich groß, denke ich. Ich konnte den Saturn mit seinen Ringen, den roten Fleck des Jupiters und sogar die Erde sehen. Aus diesem Winkel konnte ich den Großteil von Asien ausmachen. Von der Sonne jedoch fehlte jede Spur. Es war erstaunlich, nein, atemberaubend, unfassbar und ein bisschen zu viel für mich. Mir schwindelte augenblicklich. Ich trat einen Schritt zurück in die Lobby und schloss die Tür. Ich hatte genug, eindeutig genug, zumindest für heute. Ich legte mein Handy an die Seite, zog meine Schuhe an und ging. Ja, ich Dummkopf hatte tatsächlich mein Handy in der Lobby liegen lassen und habe es erst gemerkt, als ich schon zu Hause war. Natürlich dachte ich daran, es zu holen. Aber ehrlich gesagt hatte ich für heute genug. Morgen war schließlich auch noch ein Tag. Ich griff mir mein Notizbuch und begann alles aufzuschreiben, was mir bezüglich dieses Ortes in den Sinn kam. Als Steven nach Hause kam, war ich immer noch dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob Steven mir wirklich glaubte, aber er war schon immer ein guter Zuhörer. Nachdem ich mit meiner Erzählung über die Geschehnisse des heutigen Tages fertig war, erzählte er mir von den sogenannten Developer Rooms, den Entwicklerräumen. Bei Computerspielen richten die Programmierer manchmal einen speziellen Raum zum Testen ein. Sie legen dort eine Kopie aller Elemente des Spiels ab, um zu testen, wie sie funktionieren. Und manchmal vergessen sie, den Developer Room zu entfernen, wenn sie das Spiel veröffentlichen. Anscheinend wurden einige PvP-Spieler vor ein paar Jahren gesperrt, weil sie in einem Online-Spiel auf den Developer Room zugegriffen hatten, um dort Sachen zu entwenden, die sie gegen andere Spieler einsetzten. War der Ort, den ich gefunden hatte, etwa auch ein Developer Room? Und verdammt, was würde das dann bedeuten? Ist unsere Welt dann nur ein dämliches Spiel? Oder eine Art Simulation? Ich hatte noch nicht daran gedacht, irgendetwas aus dem Raum mitzunehmen. Ich hatte ja sogar die Fotos und Videos auf meinem Handy drin gelassen. Das Einzige, was ich dort mitgenommen hatte, war der Inhalt meines Notizbuches. Wenn ich beweisen wollte, dass meine Erzählungen echt waren, würden ein paar Seiten mit gekritzelten Notizen ganz bestimmt nicht ausreichen. Steven bot mir an, mich dorthin zu begleiten. Also hauten wir uns in die Federn, meldeten uns am nächsten Morgen krank und machten uns mit den größten Rucksäcken, die wir besaßen, auf den Weg. Ich ließ Steven die Tür öffnen und er ging vor mir hinein. Fuck. Okay. Hey, es ist echt. Es ist wirklich echt, keuchte er. Er fing an, wahllos durch die Lobby zu laufen und hätte sich mit 100%iger Sicherheit verlaufen, wenn er allein gewesen wäre. Steven war so jemand, der sich auf dem Weg von Bett zur Kühlschrank verirrte. Mein Telefon lag direkt neben der Tür, wo ich es liegen gelassen hatte. Also nahm ich es an mich, stellte meinen Schuh an die Eingangstür und führte Steven herum. Steven war zweifelsohne viel klüger als ich und manchmal fühlte ich mich neben ihm wie ein unbeharrter Menschenaffe, obwohl ich gestehen muss, dass Steven seine Intelligenz nie großartig heraushängen ließ. Dennoch freute ich mich tierisch darüber, dass ich ausnahmsweise mal mehr wusste als er. Ich weiß nicht viel über Computer, Hauptsache ich kann zocken. Aber Steven war ein echter Technikfreak. Seine Augen schienen einen irren Glanz zu bekommen, als wir den Raum betraten, der anscheinend sämtliches Technikzeugs enthielt. Er liebte nicht nur Technik, sondern auch schon immer Museen. Und das hier war eindeutig der Himmel auf Erden für ihn. Wir waren eine Weile dort und Steven mutierte zum fleischgewordenen Techniklexikon. Ich verstand nur alte Computer bla bla. Doch nach einer Weile sah er etwas, das ihn wirklich verblüffte. Es war ein neuartiges Smartphone. Für mich sah es aus wie jedes andere. Aber Steven erklärte, das Ding sei noch gar nicht auf dem Markt. Offenbar handelte es sich um ein Modell des Jahres 2025, vielleicht 26. Und Steven glaubte, dass sie dafür bis jetzt nicht einmal einen Prototyp gebaut hatten. Er hob es vorsichtig auf und steckte es in seinen Rucksack. Er suchte ein paar weitere Dinge zusammen, die er mitnehmen wollte. Ich beschloss, ihn eine Weile in Ruhe zu lassen und mir meine Fotos anzuschauen. Ich hatte hier zwar immer noch keinen Empfang, aber mein Telefon war immer noch bei 90% Akku. Genau wie am Vortag. Natürlich, hier schien ja irgendwie keine Zeit zu vergehen. Meine Fotos waren alle noch da und sie werden automatisch in die Cloud hochgeladen, wenn ich Empfang habe. Also bin ich nach draußen gegangen, in der Hoffnung ein Signal zu bekommen. In dem Moment, in dem ich einen Schritt vor die Tür gesetzt hatte, waren meine Fotos verschwunden. Puff, weg! Es sah nicht so aus, als wären sie gelöscht worden. Sie waren da und dann waren sie nicht mehr da. Als wären sie nie aufgenommen worden. Ich starrte einen Moment lang benommen auf mein Handy. Dann erinnerte ich mich daran, was Steven mir über dieses PvP-Computerspiel erzählt hatte. Die Leute, die Dinge aus dem Developer Room mitgenommen hatten, wurden gesperrt. Ich hatte zwar am Vortag mein Notizbuch mitgenommen, was ja zu keinerlei Problemen geführt hatte. Aber im Nachhinein betrachtet nehme ich an, dass so etwas wie handfeste Beweise nicht entwendet werden konnten. Dann hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und sah Steven, der unter dem Gewicht seines Rucksacks ordentlich hin und her schwankte. Der hier ist komplett voll, sagte er. Kannst du mir deinen geben? Ein paar Schritte später dämmerte es mir. Nein, er durfte nicht versuchen, mit dem Rucksack durch die Tür zu treten. Steven, nein! rief ich. Aber es war zu spät. Steven war gerade im Begriff, mit dem Rucksack durch die offene Tür zu schwanken, als sie augenblicklich zuknallte, mit Steven und seinem Rucksack auf der anderen Seite. Ich griff nach dem Türgriff, aber er war weg. Der Beton vollkommen glatt, ohne jeden Hinweis darauf, dass hier jemals eine Tür gewesen war. Das alles war vor drei Tagen. Ich stand ewig lange vor dem nackten Beton und hoffte, dass irgendetwas passieren würde. Doch es geschah nichts. Am nächsten Tag kaufte ich einen Vorschlaghammer und begann die Wand zu zerschlagen. Doch da war nur Beton, massiver, gefühlloser Beton. Ich habe Steven schlussendlich als vermisst gemeldet. Aber ich konnte der Polizei natürlich nicht erzählen, dass wir in einem zeitlosen Raum waren, dessen Tür plötzlich verschwunden ist. Seine Familie ist natürlich am Boden zerstört. Scheiße, ich habe meinen besten Freund damit hineingezogen. Es war meine verdammte Schuld. Ich muss diese verkackte Tür finden. Das Einzige, was mir ein wenig Hoffnung gibt, ist, dass ich an diesem Ort nie müde, durstig oder hungrig wurde. Also muss es bei Steven ebenfalls so sein. Verhungern oder verdursten würde er dort schon einmal nicht. Aber das war nur ein milder Trost. Fuck. Steven. Es tut mir so leid. 2. Hey, mein Name ist Steven. Wie Karl bereits erzählt hat, waren wir gemeinsam im Developer Room. Nach einiger Zeit der Erkundung ging er nach draußen und als ich mit einem Rucksack voller Zeugs zu ihm gehen wollte, knallte die Tür wie von Geisterhand zu und das zuvor orangefarbene Licht wechselte zu einem bedrohlich wirkenden Rot. Wie ein Bescheuerter versuchte ich über Stunden sie zu öffnen. Ich drückte mich mit aller Kraft dagegen, zog an ihr, trat davor, aber nichts funktionierte. Stoisch verharrte sie in ihrer Position, war völlig unbewegt wie ein Mahnmal Gottes, an dem ein Sterblicher sich, egal wie er sich abrackerte, die Zähne ausbiss. Ich bringe nicht einmal die verkackten Scharniere zum Vibrieren, dachte ich verbittert, ehe ich bemerkte, die verdammte Tür hatte nicht mal welche. Ich glaube, ich war damals ziemlich verzweifelt, aber der Tag, an dem ich hier eingeschlossen wurde, ist für mich schon ewig lange her und meine Erinnerungen daran sind bestenfalls verschwommen. Ich wusste, dass das Schließen der Tür eine Reaktion auf meinen Versuch war, die Gegenstände aus dem Developer Room zu schmuggeln, aber selbst nachdem ich sie alle an Ort und Stelle zurückgebracht hatte, ließ sich der Ausgang nicht öffnen. Karl hatte nicht nur seinen Schuh neben der Tür liegen lassen, er hatte auch sein Notizbuch dagelassen und ich beschloss, dass ich seine Kartierung fortsetzen würde, wenn ich schon nicht entkommen konnte. Karl glaubte damals, es gäbe um die 100 Türen in der Lobby. Aber er hat sich geirrt. Es sind genau 444. Ich machte mich also daran, alle 444 Räume zu kartieren. Für das Kartieren der Lobby habe ich etwa einen Monat gebraucht. Man muss im Developer Room nicht schlafen, aber man kann es und da mein Telefon weiterhin die Zeit anzeigte, beschloss ich, einen annähernd normalen Tag-Nacht-Rhythmus beizubehalten und in Raum 3, den mit den Möbeln, Tag für Tag ein paar Stündchen zu schlafen. Jeden Tag rüttelte ich am Ausgang, aber er blieb immer verschlossen. Am 13. Tag fand ich Raum 142, einen Raum voll mit Lebensmitteln und fertigen Gerichten. Aber erst am 16. Tag traute ich mich, etwas davon zu essen. Wenn ich hier schon für immer fest sitze, beschloss ich, kann ich es auch genauso gut genießen. Wie sich herausstellte, erscheinen die verzerrten Lebensmittel in Raum 142 wieder im köstlichen Originalzustand, wenn man den Raum verlässt und wieder betritt. Selbst wenn nur eine halbe Sekunde zwischen Tür schließen und wieder eintreten liegt. Ich fragte mich, ob das auch für Raum 2 galt. Der Raum, der alle Getränke dieser Welt enthielt. Und ja, das galt auch für Raum 2. Dementsprechend habe ich mehrere Tage damit verbracht, mich zu betrinken. Und das Beste daran war, man bekam hier nicht mal einen Kater. Ich kann euch das alles so ausführlich erzählen, weil ich, obwohl meine Erinnerung mittlerweile sehr lückenhaft ist, meine Zeit dort akribisch aufgezeichnet habe. Zuerst in Karls Notizbuch und dann, als es komplett vollgekritzelt war, habe ich ein Dokument auf meinem Handy vollgetextet. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie lange ich dort war. Das Textdokument hat eine Größe von 882 MB. Als ich den Drang, mich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken, überwunden hatte, nahm ich mir vor, jeden einzelnen Raum bis ins kleinste Detail zu kartieren und katalogisieren. Das war wahrlich eine Mammutaufgabe. Und nach einem Monat in Raum 1, der Raum mit sämtlichen Kleidungsstücken, war das Katalogisieren des Raumes abgeschlossen. 30 fucking Tage habe ich gebraucht, um sämtliche Kleidungsstücke dort aufzulisten. Naja, aber da ich sonst ja nichts zu tun hatte, ich nahm mir für jeden Raum ein bis zwei Monate Zeit. Mal mehr, mal weniger. Raum 9, der da voll von Geräuschen und Klängen war, katalogisierte ich über Jahre, dafür maximal eine Stunde am Tag. Sonst wäre ich da drin sicher durchgedreht. Raum 10, der mit dem Planeten, war eine Sache von ein paar Sekunden. Da ich dort ja nicht hineingehen konnte. Obwohl ich nur allzu gerne die Maßoberfläche erkundet hätte. Die meiste Zeit habe ich in Raum 8, der Bibliothek, verbracht. Es ist alles sehr gut durchstrukturiert, obwohl das Fehlen von Karteikarten oder der Dezimalklassifikation mir gerade zu Anfang einige Schwierigkeiten bereitete. Ich habe eine Tagscanner-App auf meinem Handy und habe damit eine große Anzahl von Büchern im Handy abgespeichert. Obwohl diese Dateien den Erwicklerraum, schlussendlich nicht verlassen haben. Leider. Die Bibliothek enthält, soweit ich das beurteilen kann, jedes Buch, das jemals geschrieben wurde. Sowohl in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft. Viele von Ihnen, die meisten sogar, um ehrlich zu sein, konnte ich gar nicht lesen, nicht einmal die, die in englischer Sprache verfasst worden sind. Versuchen Sie, Beowulf zu lesen und Sie werden verstehen, warum. Beowulf zum Beispiel wurde vor circa 1400 Jahren geschrieben und Englisch aus dem Jahr 3000 ist für uns genauso unverständlich. Trotzdem habe ich einen guten Überblick über die Weltgeschichte der nächsten Jahrhunderte bekommen. Und das meiste davon ist, naja, wie soll ich sagen, das altbekannte halt. Kriege, Naturkatastrophen, politische Umwälzungen. Nur wenige Länder, die sie kennen, werden in 200 Jahren noch existieren. Aber die Menschen machen einfach weiter. Immer weiter. Nichts dazugelernt, aber dafür dumm geblieben. Ich habe auch viel über Wissenschaft gelesen. Vor meiner Zeit in dem Developer Room habe ich einen Master in Krankenpflege und Gesundheitswesen gemacht, sodass ich viel von der menschlichen Biologie verstand. Von Physik hingegen verstand ich vorher nicht viel, war aber stets interessiert. Also habe ich meine Zeit hier genutzt und mir mithilfe von Lehrbüchern aus den 2080er Jahren viel von dem Stoff angelesen und einige der Fortschritte, die wir machen werden, was zum Beispiel das Verständnis von Kosmologie und Teilchenphysik betrifft, waren wirklich verblüffend. Allerdings stand in diesen Büchern, zumindest in denen, die ich lesen konnte, nichts, was den Developer Room erklären konnte. Währenddessen habe ich natürlich weitergemacht, die anderen Räume zu katalogisieren. Am 16. März 2343 betrat ich Raum 316. Ja, ich war schon über 300 Jahre hier eingesperrt und war um keinen Tag gealtert. Nicht einmal rasieren musste ich mich. In Raum 316 fand ich unzählige, unbewegte Menschen. Alle Menschen, die je existiert haben und je existieren werden? Bestimmt. In Raum 6, den Zoo, wie ich ihn nenne, gab es zwar große Affen, aber Menschen hatte ich dort nicht gesehen, was mich damals vor über 300 Jahren gewundert hatte. Aber hier waren sie. Heute leben, also im Jahr 2023, ca. 8 Milliarden Menschen auf der blauen Kugel und etwa 100 Milliarden Menschen sind bisher gestorben. Sie können sich vorstellen oder halt nicht vorstellen, wie verdammt groß auch dieser Raum war. Aber Milliarden Menschen standen dort in geordneten Reihen, als wären sie Spielzeugsoldaten, die man für eine Schlacht in Position gebracht hat. Wie die Tiere atmeten und blinzelten sie, aber meine Anwesenheit entlockte ihnen leider keine weitere Reaktion. Sie trugen Kleidung entsprechend ihrer Kultur und waren nach Zeitabschnitten geordnet. Es gab Babys, Kinder, Erwachsene und sie schienen innerhalb der Zeitabschnitte nach äußeren Merkmalen sortiert worden zu sein, sodass es Abstufungen in Größe, Hautfarbe, Haarfarbe und so weiter gab. Irgendwann, als ich durch die Reihen ging, begann ich einige Zeitabschnitte an ihrer Kleidung erkennen zu können. Die ersten, bei denen ich mir fast sicher war, waren römische Soldaten. Ich tippte ihre Existenz so auf die Jahre um Christi Geburt herum. Schließlich gelangte ich zum 20. Jahrhundert, dessen Stil mir deutlich vertrauter war. Es schien, dass jedes Jahr der Geschichte etwa 200 Reihen von Menschen entsprach, die sich bis in die Unendlichkeit erstreckten. Natürlich konnte ich dies nur bei westlicher Kleidung und mir bekannten Jahren oder Jahrzehnten so genau sagen. Nur damit sie eine Vorstellung über das Ausmaß bekommen. Von hier aus hätte ich etwa eine Woche gebraucht, um zurück zur Bibliothek zu wandern. Ich ging weiter. Im späten 21. Jahrhundert gab es einen gespaltenen Trend, bei dem einige Menschen sich immer mehr verhüllten und sogar Hände und Gesicht bedeckten, während andere immer weniger trugen, bis zu dem Punkt, an dem viele von ihnen völlig nackt waren. Einige Zeit später fing ich an, kybernetische Implantate zu sehen, die anfangs sehr offensichtlich waren, aber mit dem Fortschritt der Technologie immer subtiler wurden. Danach begannen die Menschen, sich zu verändern. Zunächst langsam, dann immer schneller. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um absichtliche Genmanipulation oder extremen Evolutionsdruck handelte oder es einfach einen alarmierenden Rückgang der menschlichen Bevölkerung darstellte und ich somit für jedes Jahr in der Zukunft einfach an immer weniger Menschen vorbeikam. Wie auch immer, die Menschen entwickelten Merkmale, die sie von dem, was sie oder ich als menschlich bezeichnen würden, deutlich unterschieden. Einige entwickelten Schwimmhäute an Händen und Füßen, dann bekamen sie Kiemen und wurden den Fischen immer ähnlicher. Andere schrumpften und entwickelten längere Arme und eine dichtere Körperbehaarung, sodass sie schließlich im Durchschnitt weniger als einen Meter groß waren, aber Arme hatten die zum Klettern auf Bäumen geeignet waren. Wieder andere wurden viel größer, gingen auf allen Vieren und entwickelten dicke Gliedmaßen. Selbst auf allen Vieren überragten sie mich. Ihre Zähne wurden länger und spitzer und ihre Augen ähnelten eher denen einer Katze als denen eines Menschen. Bei jedem neuen Zweig der Menschheit konnte ich den Evolutionspfad klar verfolgen. Dies sind tatsächlich unsere zukünftigen Nachkommen. Ich verbrachte mehrere Tage damit, die Merkmale und die Veränderungen dieser Zukunftsmenschen zu dokumentieren. Dann hatte ich einen, naja, nennen wir es Unfall. Egal wie viel Zeit hier schon vergangen war, meine Ungeschicklichkeit blieb mir heult. Ich untersuchte gerade ein muskulöses Wesen, das etwa drei Meter groß war. Und ja, ich spreche immer noch von einem Zukunftsmenschen. Es hatte dichtes, dunkelbraunes Haar am ganzen Körper, krallenbewährte Zehen und krallenbewährte Finger. Dennoch hatte es opponierbare Daumen und sah recht gewandt aus. Mehr konnte ich nicht erkennen, als ich das Gewicht verlor und mich an ihm festhielt. Sein Kopf drehte sich langsam in meine Richtung. Seine gelben Augen weiteten sich. Das war mir zuvor noch nie passiert. Eine Reaktion, wenn auch mit Sicherheit keine gute. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten empfand ich ein echtes Gefühl. Angst. Ohne nachzudenken, drehte ich mich sofort um. Keine fünf Sekunden später hörte ich ein bestialisches Gebrüll hinter mir. Das spornte mich an, noch schneller zu laufen. Und obwohl ich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit durch die Reihen der Menschen preschte, hörte ich seine schweren Schritte hinter mir. Das Wesen war eindeutig schneller als ich, aber es war auch viel größer. Es wäre mit Sicherheit nicht gut darin, scharfe Kurven zu machen, dachte ich mir. Also schlängelte ich mich einen Haken nach dem anderen schlagend durch die schier endlosen Reihen der Zukunftsmenschen und so konnte ich das Ding einigermaßen auf Abstand halten. Offensichtlich kannte es mein Ziel nicht, sonst hätte es einfach an der Wand entlanglaufen und mich überholen können. So rannte ich acht Tage lang. Ja, acht verdammte Tage in Todesangst. Karl hatte mich damals manchmal mitgenommen, wenn er gelaufen ist, wofür ich ihm heute viel dankbarer bin als früher. Und da ich körperlich nicht ermüdete, war das Laufen an sich nicht das Problem. Aber dass mein Kopf irgendwie einen acht-tägigen Adrenalinrausch verarbeiten musste, war einfach nur brutal. Geistig war ich noch nie so erschöpft wie nach diesen acht Tagen. Als ich die Tür erreichte, war die Kreatur vielleicht knapp 100 Meter hinter mir. Ich rannte geradewegs in die Lobby, schmiss die Tür hinter mir zu und ließ mich auf den Boden plumpsen. Und ja, sie ahnen es bestimmt, das war ziemlich dämlich von mir. Ein paar Sekunden später öffnete sich die Tür wieder. Die Kreatur war zu groß und zu breit für die Tür und versuchte sich in Mordlust irgendwie durch den Türrahmen zu quetschen. Geschockt stand ich auf, rannte quer durch die Lobby, öffnete irgendeine beliebige Tür und ging hindurch. Das Wesen hatte sich unterdessen längst durch die Tür gequetscht. Wie es der Zufall so wollte, befand ich mich in Raum 210. Ein Raum voll mit allen Arten von Wänden und Mauern. In den Sekunden, die die Kreatur brauchte, um die Lobby zu durchqueren, hatte ich mich hinter einer vier Meter hohen Holzverkleidung versteckt. Es konnte mich nicht sehen, als es eintrat und hielt inne. Dann hörte ich, wie es zu schnüffeln begann und sich wieder in Bewegung setzte. Natürlich konnte es mich riechen, war ja klar. Ich wusste, dass ich mir einen Vorsprung verschaffen konnte, indem ich zwischen kleineren Lücken in und zwischen den Wänden hindurchstief, während das Ding drumherum eilen musste. Aber würde das nun für immer mein Leben sein? Für immer durch die Gegend rennen, bis das Ding oder der Adrenalinrausch mich umbrachte? Nein, ich fasste einen Plan. Ich jagte die Kreatur um die Mauern herum, bis ich mir sicher war, dass ich genug Vorsprung hatte. Ich zog mein Handy und überprüfte meine Kartierung dieses Raumes. Außerdem suchte ich noch einen anderen bestimmten Raum. Schnell fand ich alles, was ich brauchte, steckte mein Handy wieder weg und eilte zurück zur Tür. Ich hatte nur ein paar Sekunden gewonnen, bevor mir das Ding in die Lobby folgte. Beim Rennen zählte ich die Türen, bis ich den Raum mit den Werkzeugen und Ausrüstungen erreichte. Raum 87. Ich wartete darauf, dass die Kreatur mir folgte, was nicht geschah. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Hatte die Kreatur eventuell nicht gesehen, welche Tür ich genommen hatte? Oder wartete sie einfach vor der Tür auf mich, damit ich ihr beim Verlassen in die Arme lief? Ich musste von Letzterem ausgehen und somit war mir klar, dass ich schnell handeln musste. Ich suchte die Abteilung für Kletterausrüstung auf und fand einen geeigneten Klettergurt. Dazu griff ich mir ein ebenso geeignetes Seil, das etwa 400 Meter lang war. Das eine Ende des Seiles befestigte ich an meinem Klettergurt, den ich mir um den Körper schnallte. Das andere Ende band ich an eine robuste, circa vier Meter lange Stahlstange. Dann überprüfte ich noch einmal meine Kartierungen, ging meinen Plan noch zweimal durch, atmete tief ein und betete, dass alles so klappen würde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich legte die Stahlstange vor die Tür, sodass sie sich dort verkeilen würde und öffnete die Tür. Wie ich vermutet hatte, war die Kreatur noch da. Sobald ich die Tür geöffnet hatte, brüllte sie ohrenbetäubend durch die Lobby und rannte direkt auf mich zu. Keine Zeit verlierend rannte ich, das Seil hinter mich herziehend, bereits in gerader Linie auf Raum 10 zu, den mit unserem Planeten, riss die Tür auf und stürzte mich in den Abgrund. Ich hörte ein Klirren, als die Stahlstange am Türrahmen von Raum 87 hängen blieb und betete. Eine Sekunde, zwei Sekunden, Wumms! Es hatte geklappt. Der Gurt drückte sich in mein Fleisch und bremste meinen Sturz ab, was mir blaue Flecken und wie später erfuhr, zwei gebrochene Rippen einbrachte. Von oben hörte ich das wilde Gebrüll der Bestie wieder lauter werden, als sie durch die Tür schoss. Das Brüllen verwandelte sich in einen Schrei des Entsetzens und ich sah das Ding an mir vorbeisegeln. Ich beobachtete, wie es in die tiefe Schwärze fiel, langsam kleiner wurde und seine Schreie allmählich verstummten, bis es vollends verschwunden war. Ich zitterte am ganzen Körper, verdammte Scheiße! Ich hing im Weltall. Mit zitternden Gliedern und einem berauschenden Gefühl des Triumphs kletterte ich das Seil wieder hoch und schwang mich auf den Boden der Lobby. Als ich den Gurt löste und versuchte, mich zu beruhigen, wurde mir klar, dass sich etwas verändert hatte. Das rote Licht, das mich jahrhundertelang begleitet hatte, war wieder zu seinem ursprünglichen Orange zurückgekehrt. Ich wusste nicht, was das bedeutete, aber ich hatte einen Verdacht. Vorsichtig brachte ich das Seil und den Klettergurt zurück in Raum 87, legte alles fein säuberlich an Ort und Stelle zurück, holte meine Habseligkeiten, schnappte mir Karls Schuh und stemmte mich gegen die Eingangstür. Sie öffnete sich. Das Licht dahinter blendete mich, aber ich trat hindurch und fand mich auf einem belebten Markt wieder. Hinter mir war eine weiße, nackte Steinmauer. Nirgends war ein Griff zu sehen, kein Schlitz, nicht das geringste Anzeichen dafür, dass ich zwei Sekunden vorher noch durch eine Tür geschritten bin. Ich überprüfte mein Handy. Es war 8.27 Uhr am Morgen des 19. Juli 2023. Google Maps zeigte mir an, dass ich mich in Lima befand und das nur ein paar Stunden nachdem Karl und ich den Developer Room betreten hatten. Es hat mich viel Mühe gekostet, zurück nach England zu kommen. Ich spreche kein Wort Spanisch und musste mit Händen und Füßen und dem Google-Übersetzer erklären, wie ich über Nacht von England nach Peru gekommen war, mit leerem Rucksack, ohne Pass, mit zwei gebrochenen Rippen und einem Schuh in der Hand. Die Behörden glaubten mir meine Geschichte nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Wahrheit ebenso wenig geglaubt hätten. Aber nachdem das Krankenhaus meine Verletzungen behandelt und die Polizei entschieden hatte, dass es keine Beweise für ein Verbrechen oder so gab, wurde ich gestern am 27. Juli nach England zurückgeschickt. Ich habe insgesamt 370 Jahre lang allein im Developer Room gelebt. Mein Körper ist der eines 26-Jährigen, aber auf meinem Geist lasten alle vier Jahrhunderte. Ich habe ein Wissen, das weit über den Verstand eines Normalsterblichen hinausgeht. Mehrere Menschen leben lang habe ich damit verbracht, Wissen in mich aufzusaugen. Und dieses Wissen macht mich irgendwie einsam. Ich kann mit niemandem mehr etwas anfangen, weder mit Carl noch mit meinen Eltern. Es ist halt alles schon mehrere Lebensspannen her und ich habe gesehen, zu was wir Menschen werden, wozu die Menschheit als Ganzes noch fähig sein wird. Und auch dem kann ich einfach nichts mehr abgewinnen. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen werde, wahrscheinlich sukzessive vereinsamen. Alles, was ich sicher weiß, ist, dass ich von nun an sehr vorsichtig sein werde, welche Türen ich öffne. Die Türen ich Untertitelung des ZDF, 2020